Mikroballons angemischt haben, also ich habe mal braunen Mikroballons, die gibt es ja auch Weiß- oder Baumwollflocken, werden wir diese Paste jetzt nochmal, schaut, wenn die so zieht, die bleibt fast stehen, die Paste, dann ist sie fast okay. Jetzt müssen wir noch mit dem Messer ein paar Glasfasern hier noch hineinschnibbeln. Nehmen wir das von einer dicken Matte, da sind die Fasern ein bisschen dicker. Und wenn wir das schön hier reingemacht haben, dann haben wir das richtige Material bei der Verarbeitungszeitung 30 Minuten, um es schön dort einzubringen und den Spand satt auch da, wo die Fehlstellen sind, zu unterfüttern, hinterlegen und dann ist der Spand fest. So, jetzt haben wir hier den Spand schön eingebaut und zwar mit Mikroballons. Da hinten seht ihr schön den Motor drin sitzen, die Achse liegt mittig. Wir haben den Abstand oben eingehalten mit dem Spand durch das voreinkleben 5 Minuten Epoxy ausgerichtet. Jetzt wurde das mit Mikroballons, also mit braunen Mikroballons und Glasfaser. Bei der Mikroballons alleine ist der brüchig dann, weil keine Baumwollflocken da waren, habe ich das mit Glasfaser nochmal verstärkt, eingebaut. So, jetzt lassen wir es trocknen und dann können wir morgen schon mit dem Einbau des Klapptriebwerks in der richtigen Position An diesen Punkten dort hinten, die wir jetzt da horizontal sehen, wird die Schiene eingeschoben und dann wird hier oben die Höhe fixiert und an die Spanden, die hier montiert sind und hier oben angeklebt sind, werden wir dann die richtige Höhe ermitteln, die Löcher reinschrauben und dann ist die Maschine schon. Vielen Dank.